Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der vierte Part meiner Love Island Challenge. Viel Spaß! Wir sind wieder live auf Twitch und heute geht es bei der Love Island Challenge weiter. Heute ist aber eine ganz besondere Ausgabe der Challenge, denn wir sind nicht in unserem üblichen Haus und spielen mit den üblichen Kandidaten und Kandidatinnen weiter, sondern wir haben uns sechs nagelneue TeilnehmerInnen aus der Galerie herausgesucht. Diese treten heute gegeneinander an und die beiden GewinnerInnen dürfen dann zu den anderen dazuziehen und sind nächste Woche dann dort dabei. Dann hätte ich gesagt, wir starten am besten gleich mal rein. Nicht vergessen, falls du gerne live dabei wärst und auch gerne mitbestimmen würdest, schau auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Hier sehen wir nun unsere sechs nagelneuen Kandidaten und Kandidatinnen. Tatsächlich fühlen sich die meisten gerade beschämt, da sie in ein Promihaus eingezogen sind und irgendwie finden alle, sie haben das nicht verdient. Warum das so ist, kann ich euch nicht ganz erklären, aber auf jeden Fall sind das unsere neuen Gesichter. Als erstes haben wir hier unsere Beate. Beate wäre gerne herrlich reich. Sie ist eine Perfektionistin und sie ist gesellig. Falls sie also in die Villa kommt, könnte es sehr, sehr spannend werden. Als zweites sehen wir hier unsere Elle. Sie wäre gerne Freundin der Welt. Sie ist eifersüchtig, kreativ und ehrgeizig. Als nächstes haben wir hier unsere Leni. Leni ist auf der Suche nach einem Seelenverwandten oder einer Seelenverwandten. Sie ist familienbewusst, selbstsicher und verführerisch. Dann haben wir hier noch unseren Louis. Louis wäre gern Meister des Unfugs. Er ist ein Bro, gesellig und kindisch. Ich bin schon sehr gespannt, ob sich der einzige Mann hier im Haus gegen die Frauen durchsetzen kann. Dann haben wir hier Marina. Tja geht es irgendwie gerade gar nicht so gut. Auch sie möchte ihren Seelenverwandten oder ihre Seelenverwandte kennenlernen. Sie ist düster, gesellig und ein Bücherwurm. Und dann gibt es da noch Mia, die auch sehr unglücklich ist. Auch sie möchte ihren Seelenverwandten oder ihre Seelenverwandte finden. Sie ist abenteuerlustig, ehrgeizig und romantisch. Und hier haben wir also unsere nagelneuen Kandidaten und Kandidatinnen, die jetzt in unterschiedlichen Challenges gegeneinander antreten werden. Und die Gewinner sind dann eben nächstes Mal in der wirklichen Villa mit dabei. Perfekt, mit was starten wir? Ich hätte gesagt, wir starten mit einer kleinen Mal-Challenge. Am besten gleich hier draußen. Für unsere erste Challenge müssen die sechs Neuen nun in einem Mal-Wettbewerb gegeneinander antreten. Und jeder von ihnen wird jetzt mal ein kleines, klassisches Gemälde anfertigen. Also dann wird sie einmal ein kleines Gemälde anfertigen. Unsere Beate. Hier kommt unsere Leni und wird ein kleines Gemälde anfertigen. Dann natürlich noch unsere Marina. Hier unsere Mia. Dann unsere Elle. Und dann natürlich auch noch Louis. Ich bin schon sehr gespannt. Und wer hier jetzt eben die wertlosesten Gemälde erstellt, die fallen raus. Also die scheiden gleich aus. Wir werden da jetzt nicht lange herumtun. Die werde ich einfach gleich aus der Familie entfernen. Ja, bin schon sehr gespannt. Wie sieht es denn aus? Unsere Beate malt anscheinend ein Pferd. Unsere Leni malt irgendeine schöne Blume, glaube ich. Was Marina macht. Oder es ist ein Stillleben mit einer Melone oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch Mia malt eine Blume. Hier haben wir wieder ein Pferd von Elle. Und Louis malt ein Lama. Okay. Sieht alles sehr, sehr großartig aus. Gleich sind alle fertig. Und dann werden wir schauen, wer uns jetzt leider schon verlassen wird. Ein paar Sachen haben wir schon fertig. Also hier ist einmal das von Marina 50 Simoleons wert. Das von Mia ist 51 wert. Auch das von Elle ist 51 wert. Uh, das von Leni ist nur 48 wert. Das von Louis 52. Und das von Beate 50. Das heißt, mit 48 Simoleons hat leider unsere Leni das schlechteste Bild. Tut mir sehr leid, Leni, aber du musst jetzt gleich wieder aus der Villa ausziehen. Ja. Leider muss Leni gleich wieder gehen. Sie hat sich so viel erhofft. Aber es hat leider nicht gereicht. Und sie denkt gleich ans Schlafen gehen. Sie ist eh müde. Vielleicht hat sie hier gemerkt, sie hat doch keinen Bock auf das Ganze. Und dann haut sie schon wieder ab. Und so haben wir die erste Runde abgeschlossen. Nun haben wir die zweite Runde. Und all unsere Kandidaten und Kandidatinnen stellen jetzt ein Arrangement aus Glockenblumen her. Ich habe keine Ahnung, ob schon irgendwer von ihnen jemals an einem Blumentisch gearbeitet hat. Mia sieht nicht glücklich aus. Beate hat gleich mal voll drauf genießt. Ich weiß ja nicht, ob das gut ausgeht. Es sehen irgendwie alle sehr, sehr unglücklich aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Alle sehen unheimlich unglücklich aus. Hat sie eine Allergie gegen Blumen? Sie niesen die ganze Zeit drauf, oder? Ach so, okay. Alle niesen drauf. Gut. Anscheinend sind alle Sims allergisch gegen Glockenblumen. Auch gut zu wissen. Wann sind sie endlich fertig? So. Sehr gut. Alle sind fertig. Das von Beate ist schlecht. Auch das von Mia ist schlecht. Das von Marina ist schlecht. Das von Luis ist schlecht. Und das von Alice auch schlecht. Großartig. Dann schauen wir mal, wie viel diese wert sind. Das ist 6 Emolions wert. Das auch. Das auch. Das auch. Und das auch. Ich gebe es zu, das war nicht die beste Challenge. Es macht keinen Unterschied. Es ist alles gleich viel wert. Nachdem unsere zweite Runde leider nach hinten losgegangen ist, weil tatsächlich alle Blumengedecke gleich schlecht waren und gleich wenig wert waren, müssen sie jetzt ein Möbelstück herstellen. Und zwar, um genau zu sein, müssen sie eine Pferdeskulptur schreinern. Ich hoffe, dass wir nun einen eindeutigen Verlierer beziehungsweise eine eindeutige Verliererin bestimmen können. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber wir werden sehen. Zwei linke Hände. Soll Marina zugeben, dass sie Geschicklichkeit einfach nicht mag? Ja gut. Wenn du es nicht magst, kann ich dich nicht dazu zwingen. Aber auf jeden Fall ist Marina damit fertig. Die anderen sind noch am Arbeiten. Vielleicht hat Marina auch einfach aufgegeben, weil irgendwie war sie viel schneller fertig als alle anderen. Aber nun ist auch Louis fertig und Elle und Mia. Und wie immer braucht Beate am längsten. Nun sind alle mit ihrer Skulptur fertig. Die Skulptur von Beate ist 10 Simoleons wert. Die von Marina ist 10 Simoleons wert. Die von Mia ist 10 Simoleons wert. Die von Elle ist 20 Simoleons wert. Und die von Louis ist 10 Simoleons wert. Naja, wir können jetzt nicht alle vier rauswerfen. Das heißt, ich hätte gesagt, auch diese Challenge ist leider nicht gut abgelaufen. Aber ich würde tatsächlich sagen, da die Skulptur von Elle am besten war, nämlich tatsächlich die einzige Skulptur, bei der man ein Pferd erkennt, werden die anderen vier gegeneinander in einem anderen Spiel antreten. Unsere Elle ist jetzt automatisch eine Runde weiter und die anderen vier müssen jetzt in Weck das Lama gegeneinander antreten. Und wer hier verliert, der ist dann wirklich draußen. Also, das heißt, Beate, Louis, Marina und Mia spielen jetzt gegeneinander Weck das Lama nicht. Und wer auch immer bei diesem Spiel verliert, der wird ausscheiden. Ach, und jetzt kommen tatsächlich die Kandidaten und Kandidatinnen, um uns zu begrüßen. Oh, das stimmt doch gar nicht. Wieso war da gerade ein Bild von Zoe? Ach doch, Tony ist da, Tony Hamilton. Dann haben wir hier Mandy und Zoe. Ja, das Begrüßungskomitee werden wir jetzt, also wir werden sie natürlich rauswerfen, aber sie kommen tatsächlich vorbei und wollten sie tatsächlich begrüßen. Sie wollen tatsächlich schauen, wer von ihnen könnte nächste Woche dabei sein. Sind vielleicht welche dabei, die uns gefallen? Gut, dann spielen die vier jetzt Weck das Lama nicht und werden hier tatsächlich von den anderen Kandidaten und Kandidatinnen beobachtet. L, da geht es gut. Die ist schon fix eine Runde weiter. Die ist zumindest jetzt für den Moment noch entspannt und sieht ihnen lachend dabei zu. Aber von den vieren wird jetzt leider einer oder eine ausscheiden. Und zwar entweder Luis, Mia, Beate oder Marina. So, wie lange dauert dieses Spiel jetzt? Ich weiß nicht. Aber wir können eigentlich genau dabei zusehen, oder? Oh, oh. Marina hat leider verloren. Es tut mir so leid. Du bist jetzt draußen. Aus Familie entfernen und dann schicken wir dich gleich mal nach Hause. Marina wird leider auch nicht in die Villa einziehen können. Und nun haben wir nur noch vier übrig. Entweder Elle, Luis, Mia oder Beate wird nächste Woche bei den anderen Kandidaten dabei sein. Also, als nächste Runde spielen wir jetzt Bierprong. Wo finde ich das? Hier. Und da spielen dann am besten immer zwei gegeneinander. Und dann, auch wie wir es in der anderen Villa schon gemacht haben, die beiden Verlierer treten dann nochmal gegeneinander an. Nun startet das Saftprong-Duell. Und zwar wird hier jetzt einmal Mia gegen Luis spielen. Und dann spielt hier Beate gegen Elle. Schauen wir mal, wer hier gewinnt. Ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt. Das kann man ja tatsächlich sehr einfach feststellen. Also, das steht ja dann am Schluss da, wer gewonnen hat. Luis, spielst du eigentlich auch mit? Okay, sehr gut. Also, hier sieht es schon mal nach einem Gleichstand aus. Aber auch hier hinten herrscht Gleichstand. Also, es steht drei gegen drei und auch hier drei gegen drei. Die weinen immer so melodramatisch, wenn sie einmal nicht treffen. Okay. Okay, nun liegt jeweils die rechte Seite tatsächlich vorne. Die haben nur noch zwei Getränke. Während Beate und Mia jetzt auf jeden Fall treffen müssen. Beate hat schon mal versagt. Mia hat aber getroffen. Nun muss Luis trinken. Und Elle darf aussetzen. Elle ist jetzt auf jeden Fall vorne. Luis hat versagt. Und Elle hat tatsächlich auch versagt. Das heißt, unsere Beate hat jetzt die Chance auf Gleichstand und unsere Mia hat die Chance aufgewohlt und sie hat die Chance genutzt. Und auch Beate hat jetzt zumindest mal Gleichstand geschafft. Ich bin schon gespannt, wie das jetzt ausgeht. Luis hat einfach schon wieder daneben geschossen. Dafür hat Elle getroffen. Derzeit sieht es tatsächlich wahnsinnig gut aus für Mia da hinten. Jetzt hat sie versagt. Beate hat auch versagt. Elle hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit zu gewinnen. Luis hat getroffen. Und Elle hat gewonnen. Das heißt, Beate ist schon mal draußen. Also Beate muss dann entweder sich gegen Luis oder Mia in einem erneuten Match beweisen. Wie sieht es hier aus? Luis hat schon wieder versagt. Also das Spiel da hinten ist wirklich spannend. Ich bin schon sehr gespannt, gegen wen Beate dann antreten muss. Gegen Luis. Beate und Luis haben jeweils ihr Match verloren und müssen jetzt gegeneinander antreten. Wer von den beiden verliert, wird leider rausfliegen und keine Möglichkeit mehr haben, nächste Woche bei der wirklichen Love Island Challenge dabei zu sein. Beate hat den ersten Schuss jetzt gleich mal getroffen. Als nächstes ist Luis an der Reihe. Wie sieht es aus? Luis möchte flexen und hat getroffen. Sehr gut. Nun ist Beate am Trinken. Und Beate hat daneben geschossen und weint natürlich wieder, denn sie weinen immer, wenn sie nicht treffen. Luis ist an der Reihe und er trifft. Luis ist wieder vorne, aber Beate ist am Zug. Das heißt, sie kann zumindest noch aufholen. Sollte sie auch. Denn wenn es 3 zu 1 steht, hat sie wirklich ein Problem. Und Beate, wie sieht es aus? Sie hat daneben geschossen. Luis ist wieder an der Reihe. Luis, wie sieht es aus? Luis hat getroffen. Das heißt, Beate hat sozusagen nur noch ein Leben. Und Luis hat tatsächlich 3. Sieht also sehr danach aus, als würde Luis in die nächste Runde gehen. Aber das werden wir gleich beobachten. Beate hat einfach schon wieder nicht getroffen. Ich glaube, sie kann das Spiel einfach nicht. Aber Luis hat jetzt tatsächlich auch nicht getroffen. Was jetzt los war, versteht wohl niemand. Ihm ist der Ball einfach hinten rausgerutscht. Ich meine, es ist auch ziemlich heiß. Vielleicht sind seine Hände schon ein bisschen verschwitzt. Bei Beate ist das Gleiche passiert. Beate, du bist 3 zu 1 hinten. Du kannst dir das wirklich nicht leisten. Luis hat schon wieder den Ball nach hinten weggeschmissen. Was passiert bei euch? Und Beate ist wieder an der Reihe. Schon wieder. Kann bitte wer treffen? Was geht mit denen? Alle sind am Weinen und Treffen die ganze Zeit. Das bedeutet, unsere Beate hat verloren. Und Beate ist ausgeschieden. Und ich muss sie nicht mal nach Hause schicken. Sie geht von selbst nach Hause. Wir haben jetzt Nummer 3 im Rennen, nämlich Mia, Elle und Luis. Alle stricken jetzt eine Mütze. Und zwar eine schwarz-weiße Beerenmütze. Und dann sehen wir, was am meisten wert ist. Ich hoffe sehr, sie setzen sich jetzt auf die vorgesehenen Stühle und machen nicht irgendwas anderes. Und nun sitzen alle hier in der Einfahrt, im Schaukelstuhl und stricken miteinander oder eigentlich gegeneinander. Gut, alle haben ihr Strickprojekt abgeschlossen. Und dann schauen wir uns das mal an. Mia, ihre Beerenmütze hat normale Qualität und ist 27 Simoleons wert. Els Beerenmütze hat auch normale Qualität und ist 25 wert. Und die von Luis hat auch normale Qualität und ist aber nur 20 wert. Das bedeutet, unser Luis ist leider draußen. Und hier sind wir nun in der wirklichen Love Island Villa und haben die beiden neuen Kandidatinnen schon dabei. Hier ist unsere Elle Björken und hier ist unsere Mia Aoki. Die beiden leben jetzt hier und beim nächsten Mal haben wir dann also jede Menge Kandidaten und Kandidatinnen in unserem Haus. Neben Mia und Elle haben wir natürlich noch unsere Zoe, die ist hier gerade im Pool. Dann ist auch natürlich unser Tony dabei. Der steht hier in einem super coolen Outfit. Ich liebe Tony einfach. Dann unsere Olivia. Dann gibt es noch unseren Rex. Unsere Mandy. Und unsere Clara. Wie immer geht es weiter. Nächste Woche Donnerstag auf Twitch. Wenn du auch mitentscheiden möchtest, solltest du auf jeden Fall live dabei sein. Ich freue mich schon sehr und ich bin schon ganz gespannt, was nächste Woche hier wieder für skandalöse Dinge passieren. An dieser Stelle freue ich mich wie immer über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020